Arzt, ich will hier durch, äh, muss durch. Hallo! Wie lange braucht ihr für'n Lok, meine Güte? Wir sind gar nicht an der richtigen Tonne. Mach mal ein Foto von der anderen Seite, genau. Einführer haste diese Tonne mehr, der schaubt der nächsten Tonne nochmal nach. Strammann! 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 Marge war ein Bier, das kann schon kein Rührer, ey. Für falsche Bordringer noch einer, aber falsche Tonne mitten an der Nordsee. Die sehen alle so gleich aus, ne? Das ist ja bloß 2,3 Kilometer der Leben, ey Kapitän. Das ist doch dann kein... Das ist ja hier nichts, ne? Ich hätte Tino da froh gewesen, wenn so 2,3 Kilometer mehr gewesen wären. Das ist ja hier nichts, ne? Nein, keine Tonne! Backbord! 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 Ich stil die Tonne, ich stil die Tonne! Ich stil die Tonne! Ramon! Oh, der Chef! Oh, der Chef! Tschüss! Scheiße. Ich bin nicht lebensmüle. Das ist ein bisschen schwierig. Das kommt auch an, wo die Tonne ist. Die Tonne gleich sehen kann, wenn wir mit der Nase runter. Jaaaau. Manno. Mach nicht schlank. Kann er nicht. Auf dem Knochen. Macht das schon oben. Ist ja schon oben. Ja. Ich bin nicht weg. Ich geh gleich einen Meter vor. Deswegen ist die Rückgang. Die Lokal ist nicht tej fest. Ich bin nicht weg. Aber das ist ein Perfekt. Wenn wir mit der Tanah wegschlangen. Eine Reise. Der ist ja fettig! Du dich Alex! Wir haben das gebaut! Kann man wecken? Nein! Also das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber wir haben das Ding an Bord. Und die Rechthunde direkt voraus. Ich habe Alex meinen gerade gegeben. Alex, du hast meinen Stift! Sehr gut! Mach mal, dass die Plastik ist. Das war es kein Problem. Das panel auf den Weg geht. Schnelles Lockbuch! Ach werkt er? Schnelles Lockbuch! Ja! Oh, ich mache noch alles! Sch rhyme und dann von Voto! Für mich bitte. Ja, ich seh! Ich liebe mich! Was war denn, war ich mir so aufgeregt? Na, und jetzt hier angucken bitte, lächeln, ja! Mein Deckelchen! Habt ihr mich mit reingeschrieben? Geil! Haben wir da ran? Ja, einmal ran nochmal! Aufmerksamkeit Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020